Hey, Willkommen zur 17. Folge von Bioneta 2. Wir zocken heute Kapitel 15. Die Wahrheit. Start. Und ja, das Ding haben wir uns in der letzten Folge noch gekauft und und naja. Oh. Auch nicht schlecht. So, dann sind wir dann los. Kann ich die Teile hier überrollen? Irgendwie nicht. So, dann sind wir die Teile hier. Ich glaube mit den Schwedern geht es weiter schneller, oder? Ich habe das jetzt nicht so richtig lesen können, was doch... ...dobem stand. Ah! Alter, bin ich dem direkt in die Presse da? Ah! Ah! Wunderbar! So close! Ich finde noch was, oder? Ich finde noch was, oder? Wunderbar! Ich finde noch was, oder? Wunderbar! 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 Und total versagt. Er hat auch noch Gold gekriegt. Wow. Alter, der verliert aber ganz schön schnell seine Energie. Warum weiche ich nicht aus? Das ist alles. Das ist alles. Alter. Fische werden zwar manchmal immer größer, aber verlieren aber auch ganz schön schnell ihr Leben. Alter, ausweichen! Ja doch. Oh, noch Gold. Super. Das ist ein Symbol der Umbran. Das ist ein Symbol. 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 Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. 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 Na komm, gleich habe ich ihn. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Und wieder Gold. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Okay. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Oh, mitten im Angriff hat er mich angegriffen. Oh, mitten im Angriff! So close So close So, Platin wird es nicht mehr, da ist Schaden bekommen Die Fische sind aber auch schnell Vielleicht gerade noch so Gold, hm? Muss ich jetzt da runter, ah selber, scheiße Da muss ich hoch Ich meine, was kriege ich, wenn ich da reingehe und was kriege ich, wenn ich da hochgehe? Scheiße Rosa Rosa! Rosa! Du sahst das Emblem auf seinem Vorhinein, er ist der, den du wirklich nachher bist! Was? We need to get back to my time, we can open a portal from here Monschein dringt durch das Eckenfenster und ich spüre, wie sich meine Kräfte mehren! Genau die rechte Zeit, den Hexengang zu wagen! Komm ich wieder raus? Ich muss hier nochmal raus! Oh! Alles klar! Baldr hält Rosa im Arm, der Schmerz erdrückt ihn! Oh nein! Oh nein! Wie schrecklich! Baldr! Baldr? исл siinä commissionell ist. Die korta des Spanalforsared b 세계 ist. Baldr?! We need to get back to my time?! Baldr?! Baldr!? brutally? Wichtig? Es ist kein Zeitpunkt! Balder... Bitte, Zeresa auszutauschen. Unsere liebige Kindheit wird auf ihre Potenziale wachsen. Sie wird auf die Augen wachsen. Rosa! Balder! Gute! 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 Mami! 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 Was? Kapitel 50 schon wieder fertig? Ja, die zwei Dinge waren wahrscheinlich am Ende. Ich bin einfach reingerannt. Hätte ich nicht machen dürfen. Na gut. Dann geht es in der nächsten Folge mit Kapitel 16 weiter, die unumschränkte Wacht. Na gut, würde ich sagen bis dinner.